Irgendwie ganz komisches Ding. Vielleicht ist das ja in der Höhle drin. Irgendwo. Ist das eine Höhle? Ja, Plutonium. Wow. Hey. Ach, noch mehr Plutonium. Uh. Ist ja richtig reichhaltig hier geworden. Hm. Was ist das denn hier? Antrium, das ist das doch hier, ne? Das ist nicht Antrium gewesen hier eigentlich? Hehehe. Haben wir das schon? Achso, das haben wir ja schon. Aber ich bin mir... Ich meine, das war das doch gar nicht, was wir gescannt hatten. Ich muss das nochmal gucken. Das kann irgendwie nicht sein. Das kann irgendwie nicht das sein, was ich eigentlich gescannt hatte. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Antrium haben wir gerade gesammelt. Ähm. Ich muss mal ein Stück rausfliegen. So. Oh nein. Ja, schön, dass sie sich nähern. Weltraumkonflikt. Ganz toll. Wow. Ich habe aber keine Lust, dass die jetzt hier mit mir kämpfen. Juhu. So, ciao. Ich muss mal gucken, eben wegen dem Planeten nochmal. Da. Rubäum. Das muss irgendwo anders sein. Das... Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es nicht auf dem Planeten zu finden ist. Es muss zu finden sein. Rubäum heißt das Ganze. Fliegen wir mal ein bisschen woanders hinlaufen. Rubäum. Schauen wir mal. Man weiß ja auch nicht, wie das aussieht. Das ist das ja immer. Spinner leuchtet. So. Ist auch lila ein bisschen alles hier. Wie gesagt, die große Frage ist natürlich, wie sieht dieses Rubäum aus? Ich lande hier mal. Landesequenz wird eingeleitet und wir schauen mal, ob wir Rubäum finden. Komm. Wir gucken mal. Ist es das hier vielleicht? Der rote Blut-Klotz, den ich vorhin vielleicht nicht angeguckt hatte. Ne, ist Iridium. Aber da unten ist doch irgendwas. Ne, das ist es nicht. Ne. Wie sieht denn Rubäum aus? Ach, das ist Kohlestoff. Okay. Wie sieht denn Rubäum aus, bitte, auf diesem Planeten? Hm. Merkwürdig, merkwürdig. Könnte. Diese Felsformation hier, die beiden. Das sieht so ein bisschen aus, ob da einer so an den Fernglast gucken würde, so. Ist schon geil. Manchmal so die Landschaft bei No Man's Sky. Rubäum. Wo finden wir denn Rubäum? Es muss ja auch so ein Symbol sein, so dieses Lillane. Aber das, was da hinten ist, das doch... Zeigt es nicht an. Das ist aber eigentlich nicht das, was wir suchen. Habe ich sogar zwei Wünsche erfüllt für die Zuschauer auf YouTube. Einmal den... Ach nee, doch nicht. Das war ja kein Polizeikreuzer. Das war ja nur so ein Frachtkreuzer, dem man helfen kann. Der Polizeikreuzer, der soll dreifach oder vierfach so groß sein wie der. Da gibt es sogar ein Bild im Internet. Ich weiß ja, oder mittlerweile auf YouTube kann man sich das wahrscheinlich auch schon anschauen, weil das schon einer gefunden hat. Aber ich habe nur einmal ein Bild davon gesehen. Alter, krass. Ich habe nur einmal ein Bild davon gesehen. Und das hat mir schon gereicht. Ich dachte so, uhu. Bin froh, dass ich da nicht kämpfen muss gegen den Dingen. Gegen das Ding. Wahrscheinlich gibt es da so richtige Nerds, die ihr Schiff ausgebaut haben, die den Kampf gewagt haben. Aber gut. Dann ist das so. Warte mal, wir machen das mal anders. Ein Signalbooster. Dazu brauchen wir Eisen und Platin. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, wir brauchen Eisen und Platin. Ah, toll, super. Platin werde ich bestimmt hier nicht finden, oder? Doch, da. Eisen findet sich schnell, nur Platin nicht. Weil dann können wir nämlich mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo so Tanks finden. So ressourcenmäßig. Ja, wir brauchen noch mehr. Da ist Eisen. Nehmen wir schon mal mit. Was haben wir? So. Weil dann baue ich nämlich so einen Signalbooster und hole mir mal eben ein Signal ran. Womit wir vielleicht so Container finden, wo vielleicht das Zeug drin ist. So, Tamium. Ich brauche noch ein bisschen Platin. Platin. Man kann schon sagen, oder was man will über das Spiel. Aber es ist... Es ist so richtig so ein Abschaltspiel. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt wieder ins Pause-Menü. Und mache jetzt einfach mal das HOD. Deaktiviere ich einfach mal. Und genieße einfach mal hier die Aussicht. Gut, wenn jetzt meine Hackfresse weg wäre, ne? Das ist schon geil. Das macht schon... Gibt es hier auch einen Foto-Modus? Ach, Tatsache. Okay, wir haben keinen Körper. Ich dachte, man sieht, wie ein Astronaut-Männchen oder so. Aber gut. Aber das ist schon cool. Wenn man hier so lang läuft, ne? Das ist richtig... Das ist echt ein... Das ist echt ein Stream-Spiel und ein Let's-Play-Spiel. Und ein Spiel, wo man richtig so entspannen kann. Sich so Zeit nehmen kann. Und einfach... Einfach genießen. Es läuft ja nichts weg. Ne? Es läuft ja einfach... Es läuft ja einfach nichts weg. Du kannst ja... Du kannst ja Zeit nehmen. Das ist ja sowieso ein Unendlich-Spiel und... Ja gut, Unendlich-Spiel ist Quatsch, weil es gibt ja... Ziel ist ja, Mittelpunkt der Galaxie zu finden. Aber trotzdem, ich weiß ja, was uns erwartet. Und da will ich nicht hin. Und da willst du... Aua! Und da willst du auch nicht hin. Ähm... Deswegen finde ich eigentlich so, dass man dieses mit dem Basenbau jetzt und mit diesen Fahrzeugen, dass man da jetzt auch mehr so dieses... Ja, Ressourcen-Sammeln-Aufgaben hat. Dass man mehr so die Aufgaben hat, was zu tun zu haben. Auch auf andere Planeten dann zu reisen. Ist das eine Höhle? Huch. Oh, wow. Ja, ist eine ganz tolle Höhle, oder? Ja, ist eine... Kann ich mich... Ich konnte mich doch... Kann ich mich nicht ducken? Konnte man sich... Konnte man sich bei Nomads gar nicht ducken? Ich hatte da irgendwie so... Irgendwie in Erinnerung, dass man sich ducken konnte. Da unten war das Zink, wo ich hin wollte. Aber wir haben ja noch keinen Platin gefunden, ne? So. Wir brauchen unbedingt Platin. Damit ich einen Signalbooster bauen kann. Ist das Platin? Weil das blau ist. Was ist das? Chrysonid. Achso, wir sind ein fortgeschrittener Minenlaser. Ja, das ist super. Da ist Platin. Ich komme! Ich finde es total schade, dass einige Spiele immer so schnelllebig geworden sind. Oder so Mainstream-mäßig. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ergeht, aber es gibt so Spiele, wo ich sage, das ist alles eigentlich nur noch so eine reine Geldmaschinerie. Oh, wir brauchen nochmal Eisen. Nur noch schnell, schnell jedes Jahr eins raushauen und machen und tun. Oh, das finde ich so traurig. Das ist einfach so... Ich weiß nicht. Bestes Beispiel. Bestes Beispiel eigentlich die großen Shooter. Konkurrenzen immer Battlefield, Call of Duty. Gut, mittlerweile gehen sie ja schon wieder andere Wege. Mittlerweile große Pausen auch. So wie zum Beispiel Assassin's Creed oder so. Ähm, aber... Das ist doch fürchterlich, oder? Dann kann doch nie was... Kann doch nie was Gutes bei rauskommen, weil die so unter Druck stehen und müssen innerhalb von einem Jahr was auf die Beine stellen. Das ist doch fürchterlich. Das kann doch nie was werden. Und das ist meiner Meinung nach, ist das doch echt reine, reine Geldmacherei. So, warte mal. Den bauen wir mal. So. Und, ähm, auch Need for Speed. Gut, Need for Speed war... Es hat sich selbst ins Ausgeschossen, kann man sagen. Ja? Und, ähm, ja. Ob das jetzt besser wird mit dem neuen Teil, das wird sich auch zeigen. Aber ich finde, das ist alles so... Alles so dieses Mainstreaming und alles so total schnelllebig geworden. Und, und ja, ich weiß nicht. Kann ich das, ähm, eigentlich auch abbauen wieder? Ja, ne? Das war doch irgendwie, ne? Weil dann brauche ich den nämlich... Äh, L2 ist da. So, dann haben wir das nämlich wieder. Wie weit weg ist denn das? Och ja, sieben Minuten, das geht ja. Ähm, ich finde, dass mehr... Die, die Spieleentwickler und auch die Publisher sich mehr Zeit nehmen für ihre Spiele und auch mehr... Ja, mehr Liebe reinstecken. So wie früher halt es so war. Wenn ich überlege, früher die ganzen Titel wie Super Mario oder... Oder Zelda und solche Spiele... So Nintendo auch, die Klamotten. Wie viel Liebe auch in den Spielen drin steckte. Oder in den ganz alten... Es sind ganz alten Rennspielen oder, oder, oder... In den Uraltshootern. Ähm, wenn ich überlege, das alte Call of Duty damals vom PC, der zweite Teil, Call of Duty, was im zweiten Weltkrieg spielte. Komme ich gleich drauf auf das neue auch. Ähm, wie viel Spaß das gemacht hat. Das hat, das hat ja mehr von... Mehr vom Multiplayer gelebt, als die von der Story. Und es war einfach nur plumpes Karabiner-Maschinengewehr fertig. Und es steckte so viel Details... Es steckten eigentlich noch nicht mal so viel Details, auch in den Karten. Entschuldigung. Noch niemals in den Karten. Musst du mal husten. Warte mal. Es steckte noch niemals so viel Details in den Karten, aber... Sie waren so ausgereift, dass sie so viel Spaß machen, auch nach dem... Hundertsten Mal spielen. Dass sie einfach so genial waren. Und du hast dich immer wieder dran gesetzt. Hast dich mit Kumpels getroffen, Intim-Speak und alles und... Tralala. Und hast dann einfach Gummi gegeben. Und es hat so viel Spaß gemacht am Wochenende. Und auf LAN-Partys. Das war so... Hup, hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Das war so geil. Ja, und jetzt scheint es ja so zu kommen, dass angeblich Call of Duty, nachdem Battlefield es ja vorgemacht hat, ähm, zurückzurudern. Zumindest Battlefield hat ja nicht zurückgerudert. Battlefield hat einfach nur einen neuen Weg eingeschlagen. Was viele ja auch nicht sehen. Viele sagen, äh, Battlefield ist zurückgerudert, hat jetzt... Macht jetzt den Ersten Weltkrieg, so wie es früher war. Stimmt ja gar nicht. Battlefield hat einfach nur eine neue Schiene eingelegt. Äh, Battlefield war noch nie erster... Hä? Was ist das denn? Battlefield war noch nie, äh, erster Weltkrieg. Ist einfach eine neue Richtung. Und Call of Duty will jetzt quasi wieder zu den Urwurzeln. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Ich bin ein großer Fan von... Von dem alten Call of Duty. Und, ähm... Oh, Taschenlampe. Hier macht die Taschenlampe aber jetzt ein bisschen was her, muss ich sagen. Ähm, ich bin ein sehr großer Fan von Call of Duty 2 gewesen. Ich hab das so gesuchtet. Und ich lass mich da echt überraschen, wenn das wirklich stimmen sollte. Mit... Call of Duty 2. Weltkrieg, also World War 2. Dann... Lass ich mich da echt überraschen, ob die das nicht wirklich so... Bitte, liebes... Bitte, Activision und wer auch immer da jetzt am werkeln ist, bitte verwurstet das nicht so. Verwurstet das nicht so auf Mainstream, sondern geht wirklich komplett back to the roots. Und lasst euch Zeit damit. Das wär so ein Traum. So, Alter, wie geil das hier aussieht. Und wir müssen wahrscheinlich irgendwie da drüber... Oh Gott. Ich lauf natürlich wieder vollkommen falsch. Weil ich hier gerade nicht sehe. Ach, ich dachte hier war Wasser. Okay, ich versuche mal außen rum zu gehen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als wir jetzt durch die Höhle zu wandern. Warte mal eben, ich mach mal eben... Äh, warte. Ähm. Ja, möchte ich. Geil, dass das Spiel immer fragt. Ähm. Moment. Ich hab's nämlich gerade schon im Augenblick gesehen. Können wir mal eben aufhören. Nee, aber das finde ich ein bisschen... Das finde ich immer so ein bisschen schade. Auch so generell, dass so... Weil du kommst ja als Spieler hast du ja gar nicht mehr... Das Thema hatte ich, glaube ich, schon mal aufgegriffen. Als Spieler hast du ja gar nicht mehr so großartig die Möglichkeit... Ähm. Vernünftig dich auf ein Spiel zu konzentrieren. Weil du willst ja... Du willst ja immer... Auch so im Freundeskreis immer so mitreden können. Und immer so mit dabei sein. Weißt du, immer so die neuesten... Immer so die neuesten Games. Boah, ich brauch immer die neuesten Games. Ich muss mitreden können und mitreden können. Weil... Weil dann irgendwann, ich sag mal... Keine Ahnung. Dann... Dann ist dann irgendwann... Ach, wüsste ich... Jetzt seh ich ja auch den Weg nicht mehr, wo ich hin muss. Ich bin so schlau. Ähm... Weil dann ist das Spiel irgendwie... Keine Ahnung. Dann ist es auf einmal ein halbes Jahr... Na... Äh... Dann ist das Spiel irgendwann fast ein halbes Jahr im Jahr alt. Und dann spielt's kaum noch einer. Oder beziehungsweise... Dann kommen schon wieder die neuen Spiele. Weil die ja so schnell rauskommen. Und dann... 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 Äh... Bist du nicht up to date. Weißt du? Das ist so... Das find ich schade, dass das so ist. Es gibt halt... Ja, wie soll ich sagen? Ich find dieses... 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 Ja, immer aktuell, 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 aktuell zu sein. Das ist immer irgendwie schade. Niemand nimmt sich mehr so richtig Zeit so für die Spiele. Find ich auch ein bisschen schade. Ne? Also ich bin froh, dass ich zum Beispiel Horizon Zero Dawn... Mir echt so... Privat gebe. Und widme. Also nichts gegen Stream. Nichts gegen YouTube. Gottes Willen nur, dass erstens... Wie gesagt... Ich hab ja gesagt, dass es zu groß ist auch. Und... Aber es ist so ein Genuss. Es ist so ein Genuss, das zu spielen. Auch privat. Und... Ähm... Ja, einfach... Einfach die Schuld der Spieleentwickler. Es ist einfach so eiskalt... So schnell Spiele eins nach dem anderen rauszuhauen. Ich glaube, ich sollte mich mal eben eingraben. Damit ich hier den Sturm überlebe. Jaja, ich sehe, wie der sich stabilisiert. Nämlich noch gar nicht. Hau auf zu. Es muss... Es muss doch... Es muss doch hier rausgehen irgendwo, oder? Das war doch nur so ein... Das kann doch gar nicht sein. Ich hab doch gerade... Warte mal, wo ist denn hier... Da. Plasmawerfer. Haben wir doch noch dabei. Erzähl doch nicht. Ach, man kann ja durch Schnellauswahlmenü jetzt... Ähm, auch... Ah, hier ist der Ausgang. Das Schnellauswahlmenü kann man aufladen. Wurde ich mir sagen lassen. Aber das war doch gerade eine Klippe, oder nicht? War das nicht gerade noch eine Klippe gewesen? Ah, da geht's runter, glaube ich. So, wir warten mal so ein bisschen dem Sturm ab. Das sind nämlich noch knapp drei Minuten, glaube ich, ne? Bis dahin, ja. Ja. Ähm, nein, aber ich geb aber auch momentan so ein bisschen die Schuld den Spieleentwicklern und den Publishern, dass sie einfach, wie gesagt, dieses... Ja, dieses, dieses, weißt du, dieses Raushauen, Rauspreschen und wir müssten, müssten, müssten machen und tralala, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und wie ich es auch schon sagte, alter, 120 Grad Celsius, olla die Waldfee und wir beschweren uns schon, wenn wir mal 30 Grad haben im Schatten. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, und was es auch gibt, das passt auch gerade so zum... Kühlt man sich eigentlich hier nicht ab, wenn man im Wasser ist? Wollte ich doch gerade sagen. Ähm. Was es auch nicht mehr gibt, was auch, ähm, so ein bisschen diese Schnelllebigkeit ist, die ja momentan so herrscht, ist, ähm... Es gibt nur noch bei, egal bei was das ist, egal ob das bei Spielen ist, ob das, ob das bei Autos ist, ob das bei, keine Ahnung, bei, bei... Warte mal. Achso, haben wir ja schon. Egal ob das bei, äh, wie gesagt, bei Autos ist, egal ob das bei Musik ist, oder egal, äh, ob das bei Spielen ist, egal welche, welche Themenbranche und egal welches Thema das ist, oder beziehungsweise, äh, egal... Wollte gar keine Granate schmeißen, aber egal. Egal, wo du da... Ach, wir frieren jetzt, achso, krass. Ähm. Egal, wo das ist, wie gesagt, in welcher Branche. Es gibt nur noch gut oder scheiße. Ne? Entweder ist ein Auto gut, boah, das gefällt mir voll geil, oder boah, das ist voll scheiße. Voll scheiße, obwohl es vielleicht genauso gut ist wie ein gutes Auto und so. Und, und, ob vielleicht hat es ein paar Sachen weniger. Aber es gibt nur noch... Da, Detrium, da ist es. Ach nee, das ist das andere, das andere, das andere heißt ja Rubedium oder irgendwie sowas. Ähm. Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan. Es gibt, wie gesagt, auch bei Spielen. Bei Spielen gibt es zum Beispiel auch nur ein gutes Spiel oder ein Scheißspiel. Das ist total kacke. Es gibt nicht mehr dazwischen. Ne? Ist so... Also, ich finde das ein bisschen schade. Genau wie Filme, genau bei Filmen gibt es das auch. Also, es gibt einen Film, boah, der ist mega geil, hast du gesehen? Ne? Und wenn, wenn du dann irgendwie was sagst, boah, hast du den Film schon gesehen? Ich fand den total geil. Boah, ich fand den voll scheiße. Das hat auch was mit, mit, mit Meinung auch zu tun. Klar, sicher, natürlich, ne? Weil, klar, nicht jeder hat die gleiche Meinung, das ist logisch. Aber, äh, es gibt nicht mehr so dieses, dieses... Nehmen wir mal als Beispiel jetzt einen Film. Zum Beispiel... Finde ich zum Beispiel den Film... Honig im Kopf. Weiß nicht, ob den einige von euch gesehen haben. Ähm, das ist mit Til Schweiger. Jetzt werden viele wieder aufschreien. Boah, Til Schweiger, äh, fürchterlich, geh weg damit! Ja, ich mag ihn auch nicht, aber ich mag den Film. Ich mag den Film, weil der Film echt sehr geil ist. Und ich mag auch Til Schweiger überhaupt nicht. Gar nicht leiden, gar nicht. Mag vielleicht ein super Typ sein, ja, hey. Aber ich mag den Film, weil er echt cool war. Aber trotzdem habe ich ihn mir angeguckt. Und sag, ja, ist okay, man kann ihn gucken. Ne? Aber nicht der Scheiße, der ist gut. Also, mega gut. Sondern so dazwischen. Aber das gibt es leider nicht mehr. Das finde ich schade. Toll, es war Iridium. Super. Schön, dass wir hingegangen sind. Für nichts und wieder nichts. Ähm. Hä, ich habe doch Platin. Hä? Kriegt man das ganze Platin nicht mehr wieder? Man kriegt tatsächlich das ganze Platin nicht mehr wieder, wenn man abbaut. Das ist aber schade. Das ist aber echt mies. Da ist Platin ganz viel. Ähm.